Frida Kahlo ist weit mehr als eine Malerin. Sie ist einer der Superstars der Kunst des 20. Jahrhunderts. Stilikone, selbstbewusste und selbstbestimmte Frau, Feministin, Streiterin für soziale Gerechtigkeit, Vorbild. Sie ist die bekannteste Malerin Lateinamerikas. Das wiederkehrende Motiv der Kunst Frida Kahlo ist sie selbst. Trotz Ausflügen in die Welt der Stillleben und der surrealistischen Allegorien bleibt das Selbstporträt, ob puristisch oder szenisch erweitert, lebenslang ihr wichtigstes Thema. 1907, als Tochter eines deutschen Einwanderers und einer mexikanischen Mutter geboren, führte sie von Anfang an ein bewegtes, oft hartes und, vielleicht in der Folge, waches Leben. Mit sechs Jahren erkrankte sie an der Kinderlähmung und musste neun Monate im Bett verbringen. Die Folgen der Erkrankung blieben ein Leben lang spürbar und auch sichtbar. Ihr Vater, ein Fotograf und Hobbymaler, förderte das künstlerische Talent Fridas schon früh mit bester Schulbildung, gestalterischer Ausbildung und Ausstellungsbesuchen. Die junge Frida zog es dann in der Folge zur Kunst und zu den Künstlern hin, zur Lyrik und zur Literatur. Und sie malte. Besonders prägend war neben der Krankheit und ihren Folgen eine sehr unmittelbare Begegnung mit dem Tod. 1925 wurde die gerade 18-jährige Frida bei einem Busunfall lebensgefährlich verletzt. Mehrere Rippen und Wirbel sowie das Becken der jungen Frau wurden zerschmettert. Behinderung, Krankheit und Tod waren von nun an keine abstrakten Begriffe mehr, vielmehr wurden sie bestimmend für ihr weiteres Leben. Immer wieder musste sie auch in den folgenden Jahren wochenlang im Korsett liegend den Alltag verbringen. Frida Kahlo resignierte aber nicht. Sie saugte das Leben auf, war als überzeugte Kommunistin politisch aktiv, malte mit wachsendem Erfolg. 1929 heiratete sie den 20 Jahre älteren mexikanischen Maler Diego Rivera, einen überaus vielseitigen Künstler, der vor allem mit seinen politisch-revolutionären Wandbildern, den Morales, auch international bekannt geworden war. Die beiden Ehepartner teilten den leidenschaftlichen Patriotismus die künstlerischen Bezüge auf die mexikanische Kultur und Geschichte. Zehn Jahre später, im Jahr 1939, war die Ehe an den verschiedenen Affären der beiden Ehepartner zerbrochen. Sowohl Kahlo als auch Rivera trugen aber schwer an der Trennung. Kahlo flüchtete sich in Alkohol, Affären und die Malerei. Noch im Jahr der Scheidung stellt sie Die zwei Friedas fertig, das die Trennung eindringlich und in beklemmender Weise thematisiert. Es zeigt die schizophrene Situation zweier gemeinsam auf einer Bank sitzender Version der Künstlerin. Vor einem von Wolkenfetzen zerrissenen Himmel blicken sie dem Betrachter stoisch entgegen. Die beiden Frauen wirken oberflächlich wie Spiegelbilder voneinander. Körperhaltung, Frisur und Mimik sind seitenverkehrt identisch. Dennoch ist ihre Erscheinung unterschiedlich. Die linke Frieda trägt ein an ein Hochzeitskleid erinnerndes, am Hals hochgeschlossenes, mit Rüschen und Stickereien verziertes und feierlich wirkendes Kleid. Das Kleid wirkt aber auf der Brust wie aufgerissen. Fransig öffnet sich dort der Blick auf einem geöffneten Körper ebenso offen darliegendes Herz, in dessen Inneres der Betrachter tief hineinschauen kann. Dorthin, wo ausgeschnittene Adern, Kammern und Muskelstränge sichtbar werden. Von dort nimmt eine sich gabelnde Ader ihren Ursprung, deren eine Abzweigung im weiten Bogen in den Schoß der linken Frieda führt. Mit der von ihrer rechten Hand gehaltenen Aderklemme versucht Frieda, die Blutung zu stoppen. Dennoch fließt ein Rinnsal ihres Blutes auf das weiße Kleid, wo sich die entstehenden Flecken mit den dekorativen, rot gestickten Blumenapplikationen vermischen. Die rechte Frieda, im schlichten und einfachen, aber durchaus buntfarbigen Kleid der mexikanischen Terruanatracht, hält in ihrer linken Hand ein Medaillon mit dem Abbild ihres noch immer geliebten Diego Rivera als Kind. Ihre Haut ist eine Nuance dunkler als die der linken Frieda. Auch ihr Herz ist aber sichtbar. Allerdings ist es intakt, die den Blick auf das Organ freigebende Öffnung in Kleid und Brust weist einen sauberen, scharf geschnittenen Rand auf. Auch von ihrem Herz aus läuft eine sich gabelnde Ader, deren eines Ende, nachdem sich das Blutgefäß in seinem Verlauf um Friedas linken Arm windet, ebenfalls in ihrem Schoß endet und dort eine Verbindung zum Medaillon mit Riveras Abbild herstellt. Abgesehen von den verschiedenen Kleidern finden sich die Unterschiede also in den Details, den Einzelheiten der Darstellung. Die Herzen beider Frauen liegen offen sichtbar da. Kleider und Körper geben den Blick frei auf das, was sie mit ihrem Schlagen ans Leben bindet. Und doch sind die zwei verschiedenen Frauen, die sich da eine mit Stroh bespannte Bank teilen, eben eine Person. Ihre enge Verbindung verdeutlicht die Künstlerin auf verschiedene Weise. So liegen die sich haltenden Hände, für sich genommen ja schon ein Anzeichen der emotionalen und physischen Nähe, im geometrischen und optischen Zentrum des Bildes. Aber auch die zwischen den Körpern durch den Raum verlaufende, die beiden Herzen verbindende Ader verknüpft die Lebensbahnen der Frauen miteinander. Wohin führte aber die abgetrennte Ader? Vielleicht schloss sie einst den Blutkreislauf hin zum Medaillon, zu Rivera, von dem sie, die Verstoßene, sich nun wie bei einer Geburt abnabelt. Wen sieht der Betrachter also in diesem doppelten Selbstporträt? Wer sind diese beiden Friedas und warum überhaupt zwei? Eine kohärente Deutung gestaltet sich schwierig, obwohl die Hintergründe der Werkentstehung hinlänglich bekannt sind. Frida Kahlo selbst berichtet in ihrem Tagebuch, sie habe sich in ihrer Kindheit eine imaginäre Freundin erfunden, als Beistand in den einsamen und schweren Stunden ihrer Krankheit. In der Tat gibt es verschiedene ernstzunehmende Hinweise auf eine zwiegespaltene Persönlichkeit der Künstlerin. Es war ihre Jugendliebe Alejandro Gómez Arias, der über sie schrieb, Frida Kahlos Persönlichkeit sei so vielschichtig und widersprüchlich, dass man sagen könne, es gebe viele Friedas. Die kryptisch-rätselhafte Darstellung in »Die zwei Friedas« legt nahe, dass Frida Kahlo selbst auch eine unscharfe, widersprüchliche Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit hatte. So verweisen diese beiden Friedas vielleicht auch zugleich auf das kulturelle Spannungsfeld der Herkunft der Künstlerin. Ihr Vater war in Deutschland aufgewachsen und von dort ohne Blick zurück emigriert. Ihre Mutter war halb spanischstämmige Mexikanerin, halb indigene. In Frida Kahlos Identität ist also, mit allen entstehenden Konflikten und Widersprüchen, ihr europäisches und südamerikanisches Erbe vereint. Diese Dualität ihrer Identität ist ein zentrales Element dieses Gemäldes und auch immer wieder ihre anderen Werke.